Ja, jeder hat ein Leben, auch Apple hat etwas Neues erfunden, das nennt sich iLive. Hier sind die Extras dazu und ich hoffe, euch gefallen die Extras zu iLive. Ja, da kommt dann einfach der... Stand the time! Hallo und herzlich willkommen zu meinem California Sunbone Tutorial, ich zeig euch mal, wie man das zusammenfaltet. Fertig. Drei Männer scheitern an einer einfachen Aufgabe. Ja, da ist Feuer und Tanz. Und jetzt auch das letzte. Siehst du, was hast du da? Hä? Was du da hast? Habe ich irgendwas? Hä? Habe ich irgendwas? Ich habe doch gerade gegessen. Achso, dann war es das. Ja, das ist eine Kamera aus den 70ern. Von meinem Dad. Und dann mache ich jetzt hier so ein krasses Instagram-Duckface-Bild. Ah! Ah! Bin ich jetzt gebrandet? Ja. Geäpfelt bin ich ja. Facebook haben wir ersetzt durch ein neues Social Network. Zum Beispiel Freundschaftsanfragen. Anstupsen. Ignorieren. Und natürlich zurückstupsen. Oh! 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 Jawohl! Endlich ist die weiße Wand auch aufgebaut. Hier ist unser Apple-Nerd Os X. Und hier ist unser Kim Tuck, eigentlich Koch, heute Geschäftsführer von Apple. So? Ja. Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich bei diesen Produkten? Ich glaube, dass wir mit diesem Produkt doch mal wieder alles revolutionieren. Und eine völlig neue Denkweise und Art und Weise zu schaffen, zu leben, zu denken. Was ist denn, wenn das iLife veraltet? Was ist dann? Ja, dann sehe ich schwarz für unsere Gesellschaft.